Mahlzeit! Heute habe ich was besonderes, den Erstflug meines neuen Flugzeuges. Ich habe mir was ausgedacht. Es handelt sich um ein Boxwing-Modell. Propeller setzt sich jetzt drauf. Ich habe einen Wurfgleiter gebaut, der flog. Aber wie das Modell jetzt auf Steuereingaben reagieren wird, ist mir noch völlig schleierhaft. Schauen wir mal. Angetrieben wird der Kleine mit einem 20 Gramm Brushless Motor, ein Pichler Nano Red Silver Wind und 450er Zellen, 2S. Und gesteuert wird er über Tailorance und ein Seitenleitwerk. Gucken wir mal. Programm ist aktiviert. Aus Experimenten mit meinem Wurfgleiter weiß ich, dass der Schwerpunkt hier ist. Zumindest am Wurfgleiter. Das ist gegeben. Ruder haben wir hier. Seitenruder, Höhenruder und Tailoron und Gas. Ein bisschen unwuchtig. Was hat er denn? Gut, wir sehen, er hat mehr Schub als Gericht. Was soll groß passieren? Bin gespannt. Gut. Mm-hmm. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.